Hallo Leute, es ist Sonntag und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Let's Fail, diesmal wieder Formula Racer 2012. Das wollte ich eigentlich gestern rausbringen, nur dann hat mein PC gespackt und ich konnte das nicht bearbeiten, das Videoformat. Deshalb machen wir das nochmal. Und ja, einfach mal auf Continue, Cocker Gates. Also heute kommen dann auch noch die anderen Folgen von diesem Jump'n'Run Chicken Zeug. Nehme ich dann auch noch auf und lade es dann hoch. Und ja, so. Ich hoffe, wir können heute mal was freispielen, das heißt, dass wir... Oh, jetzt kommt wieder die super Hintergrundmusik. Jetzt wird Mara wieder Geräusche, gell? So, die hört ihr dann leider nicht. Ich glaube, die muss ich mal aufnehmen und als Hintergrund machen. So, Felix steht schon drinnen. Playgame. So, wir müssen immer noch die alte Schrottkarre nehmen. Ähm, ja. Leider. Wir haben die anderen noch nicht freigespielt. So, die Strecke. Das können wir so lassen. Wir nehmen jetzt einfach mal diese komischen Reddinger. Continue, ich hoffe, es leckt nicht. Und los geht's. Wieder mit den Pfeiltasten wird das gespielt. Und es ist grün. Es ist grün? Es ist grün. So, es leckt gerade ein bisschen. Aber das dürfte sich dann auch bald erledigen. So, ich hoffe, ich werde jetzt mal besser als ungefähr, ähm, ja. 14er Platz, weil das ist irgendwie, das ist bei dem Spiel voll scheiße. Da kann man nicht besser werden als 14er Platz. Ja. So. Wir haben so nicht gerade die ganze Kmh-Zahl erreicht. Normalerweise fahren wir immer so 156 Kmh. Und sorry, meine Stimme ist im Arsch. Ich bin gerade aufgestanden. Mhm. Oh, nein, 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 nicht dagegen fahren. Also, wenn ihr... Das Geweil und jetzt hinkt mal PC. Also, es wird bald auch richtige, ähm, Let's Plays geben auf meinem Gaming-Kanal. Ähm, da heißt The Phoenix LP. Könnt ihr mal abonnieren und so. Link gibt's in der Beschreibung oder ist eigentlich bei jedem Video in der Beschreibung drinnen. Und da spiele ich dann Adventure Games wie The Cave oder Just for from Minecraft. Da bauen wir irgendeine Scheiße. Weil ich wirklich nicht Minecraft spielen kann. Ähm, oder halt, äh, geben wir jetzt. So wie hier. Mit Kumpels, aber auch zu richtigen Spielen. Was ist das, was, K-Fu-Ti oder so ein Scheiß oder Battlefields. So, jetzt überholen wir den Lappen hier vorne mal. So. Und ja, könnt euch einfach mal reingucken. Das sind auch keine Videos oben. Ich werde mir jetzt auch mal ein Programm holen, wo man, wenn man, wenn man professionell, ähm, ja, Intros machen kann. Und dann werde ich auch neue Intros machen. So, ähm, ich entschuldige mich für meinen PC. Also, gestern war es definitiv besser, aber ich kann die Aufnahme nicht, äh, weiterverwenden. Weil das geht nicht öffnen. So, ich überhole den Lappen da vor mir, die so, du Schmierlappen, du, 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 du gehst da weg. Rameen, rameen. Kuschier. Hey, das Geräusch ist echt cool. So, also irgendwie, äh, als ich es jetzt dann gespielt habe, wenn ich die Aufnahme machen wollte, ging das definitiv schneller um. Jetzt haben wir noch nicht mal die Hälfte der Zeit erreicht. Und es leckt schon wie Bolle. Aber ich habe auch mal so, so Extras, ähm, gemacht. Das heißt, ich habe ein Spiel angetestet. Das war so scheiße. Ich meine, die, da ist man einfach in die Luft geflogen. Loll, ja, jetzt kommt die Kurve. Loll. Oh ja, apropos Loll, ich werde vielleicht auch mal League of Legends anzocken. Ich werde dann auch so eine Kategorie machen mit angezockt. Alter. Das leckt ja gerade hammerhart. Oh, ich gebe nicht mal mehr Gas und ich fahre weiter. Oh, auch gut. So, also, wie ihr seht, wenn der, wenn der Spiel leckt, sie gibt einfach nicht mehr Gas und die fahrt trotzdem weiter. Oh, cool. So, ich denke mal, wir fahren jetzt einfach noch die Runde fertig. Wir quellen uns hier durch. Jetzt geht es ja einigermaßen wieder. Oh, ich habe STRG statt, äh, Felttasten gedrückt. So, ich glaube, wir werden dieses Mal so zu 15er. Aber jetzt geht es aber ab. Jetzt bist du schnell, du Laptop, ja. Immer, wenn man dich braucht, bis zum Lachen. Oh, scheiße, wenn du bist so ernsthaft. So. So, ähm, eine Runde, weil das leckt wie Bolle. Glaube ich. Ich weiß nicht, wenn es in den nächsten Beta leckt, also reicht. Ja, die Hälfte der Zeit, jetzt müssen wir den ganzen Spann nochmal fahren. Ich hoffe, das leckt jetzt nicht so. Es kommt mir nämlich vor wie so eine halbe Ewigkeit. So, mein Ziel ist es immer, Fünfter oder so zu werden. Das geht aber nicht. Und, ja, vielleicht, ähm, werden wir dann auch mal so GTA oder so spielen auf dem Kanal, also auf dem Displaykanal von mir. Ähm, muss ich mal schauen. Und, ja, das ist einfach weiter, was ich zu beachten bekomme. Ich hoffe, er hat nicht mal richtig einen PC, weil der hier kratzt, wie ihr seht, schon Beispiele-Affe ab und das geht so nicht. Gut. Wie ist hier die Marat-Schnupfen, also, mal wieder. So. Ja, jetzt läuft ja auch gratis Renze Bastian Vettel, der wird heute hoffentlich zum vierten Mal Wettmeister. Ich drücke ihm die Daumen. Und, ja, nochmal, sorry, dass ich das gestern nicht hochladen konnte, aber da war es definitiv schneller, aber mein PC hat sowas von derbe gelegt. Und, ja, das gehen so nicht weiter. Mann, ist das langweilig. So. Wir werden auch jetzt, ich habe jetzt beschlossen, wir werden noch eine zweite Runde spielen. Allerdings probiere ich da noch was aus, da geht es hoffentlich schneller. Wir werden einfach zusammengeschnitten. Und, ja, also, die Grafik von dem Spiel ist eigentlich recht gut, nur dass es halt nicht so 3D, aber diese Bäume und Büsche, die sind so unrealistisch eigentlich. Ja, jetzt geht es wieder schneller. Ja, plötzlich. Ja, Alter. Ich könnte mich so aufregen über diesen scheiß PC. Jetzt leckt es eh gleich wieder. Ja, jetzt muss es nur noch 30 Sekunden sind. Ey, leck mich doch. So, ähm, wir haben gestern schon Reto Talk aufgenommen, ein Teil. Allerdings ist dann, äh, wir haben auch jetzt ein Fraps abgeschmiert und hat, äh, ungefähr die Hälfte nicht aufgenommen. Das war scheiße. Und, ähm, wir versuchen es dann heute nochmal, mal schauen wir, bis wir es dann heute online bringen und es wird dann auf den drei Kanälen hochgeladen, auch von dem jeweiligen Gast noch. Und, ja, könnt einfach mal vorbeischauen und, ja, ich bin auch selbst gespannt, wie das Endresultat dann so ist. Ja, jetzt geht es plötzlich ganz schnell. Ich meine, wenn es, wenn es jetzt, äh, wenn es jetzt läuft, äh, also, läuft, ja. Also, wenn es nicht leckt, dann ist das Spiel eigentlich ganz okay, aber wenn es leckt, dann ist es so, so, so langweilig, so. Ja. Mein Laptop ist gerade voll heiß. Ich habe ihn seit 25 Minuten an. Alter, der macht mir Angst. Und es ist zu Ende und wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, 13. Geil. So, continue. Continue. So, jetzt mache ich mal kurz, äh, Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier ist es nun wieder, ich habe jetzt, äh, ja, einiges geschlossen, was ich vergessen habe, äh, zu schließen vorhin. Jetzt spielen wir uns einfach nochmal, ich hoffe, es leckt nicht so, aber mein PC macht mir immer noch Angst. Der ist so warm. Hilfe. So, einfach jetzt mal auf die Strecke. Äh, wir müssen eben mal die zwei Reifen, continue. Und es geht wieder los. Ich hoffe, es leckt jetzt wirklich nicht, aber es ist ja immer letzter, das ist voll scheiße. Grün. So. Gut. Das können wir in das Palabern, ja. Ähm. Gut. Hier fahren wir lang. So. Also. Ihr müsst dann halt immer wieder gucken. Mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Und was ich da halt Neues drauf habe. Und was ich da halt Neues drauf habe. Ich habe jetzt auch angefangen, ähm, meine Website eigens mal, ähm, zu code. Ich habe jetzt ein Design genommen und habe das, äh, um, oder code ist gerade oben, arbeite ist gerade oben. Und da will ich jetzt einfach mal eine richtige Seite machen. Nicht mit Chimdo. So, das finde ich irgendwie langweilig. Äh, wir können hier mal vorbeischauen. MarasArts.de.ht Heißt das Ganze jetzt. Ähm, ich weiß, Fortschritt schreibt mal mit F und nicht mit V. Und schaut einfach mal vorbei. Das ist jetzt einfach mal sowas, was ich drauf gedrückt habe. So ein mehr oder weniger Wartungsmodus L hieß das Ding. Aber, ähm, ihr könnt mal gespannt sein auf die Version. Und ja, jetzt leckt es schon wieder. Uh, 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 uh. Alter, meine CBEU war heute, als ich mir ein PC angemacht habe, bei 50 Prozent. Und ich habe nichts gemacht. Das ist krass. Naja, wahrscheinlich hatte ich ihn gestern zu lange an. Erst 30 Sekunden. Okay, das sind keine 30 Sekunden. So, jetzt läuft es wieder einigermaßen. Oh mein Gott, ich freue mich schon auf das Jump'n'Runchise. Wenn der so leckt. Das hat ja ja letztes Mal gemeldet, dass ich einen anderen Browser nutzen soll. Aber nein, ich nehme es garantiert nicht. Internet Explorer. Ich bin mit Google Chrome vollkommen zufrieden. Könnt ihr mal drunter schreiben, welchen, ähm, ja, welchen Internet Browser benutzt ihr? Ähm, Opera gibt es noch. Dann Safari, glaube ich. Firefox, Google Chrome und Internet Explorer. Ich bin ein Fan von Firefox und Chrome. Aber auf dem PC war jetzt halt Chrome drauf. Also, habe ich mich jetzt daran gewöhnt. So. Das ist ja sowas von langweilig, ey. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Willst du mich verarschen? Du, da vorne, weg da. Ich werde jetzt gleich aggressiv. Es leckt eh gleich wieder, aber solange können wir ja mal versuchen, dass, äh, du kusch dich da vorne, du tute, du kschst. Kusch! Ah, diese Autos, die erinnern mich immer voll an Schweizer, weil die hinten das Kreuz drauf haben. Aber grüne Schweizer, naja. Mann, das Geräusch zum Driften kommt immer viel zu spät. Kürz hier mal ausprobieren ist eigentlich ganz okay, aber ich glaube, das dauert ja irgendwie, keine Ahnung, 30 Tage, bis man da mal irgendwas freigespielt hat. Ich hab's jetzt auch irgendwie zwei, dreimal gespielt, ähm, wegen der Aufnahme. Äh, aber da hat sich hier mal noch nichts, äh, verändert. Und, ähm, ja. Bin mal gespannt, ob da überhaupt noch was kommt. Ähm, wie schon vorhin gesagt, hab ich jetzt auch mal so ein Spiel angetestet. Wird auch eine, äh, Kategorie auf meinem, ähm, Let's Break-Kanal machen. Das werde ich da vielleicht auch hochladen. Also, das Spiel, das war, da bist du ja in die Luft geflogen. Äh, total schaden, weil, keine Ahnung. Da war die Lenkung aber auch dermaßen beschissen. Und jetzt leckt's wieder. Naja, eh nur noch so, ja. Bis zwei Minuten noch, das geht jetzt noch ungefähr. So. Ich bin, wie gesagt, mal gespannt auf, äh, äh, die Archernetz-Fails, wie ich das aufnimm, so wenn's leckt. WTF ist mein PC warm. Heieieiei. Also, ich werde den jetzt mal definitiv abkühlen lassen. Nach dem Spiel hier. Und, ähm, ja. Gut. So. Bitte sei bald rum, bitte. Man, mein Finger schläft gleich ein. Also, ich spinne der, wie gesagt, schon mal mit den Pfeiltasten. Ähm. Ach, den Turbo kann man ja auch anmachen. Oh, cool. So, dann fahren wir jetzt einfach mal mit Turbo. Scheißegal, ob's leckt, aber ich will jetzt endlich mal... Siegen! Also, äh, Turbo ist gleich, ähm, Pfeiltaste, äh, ja, Space-Taste, also Leertaste. Ich hoffe, damit werden wir mal so Achterplatz oder so. Ja, jetzt hab ich gecheckt, warum das nicht so, so, so. Okay, scheiß drauf. Allerdings muss das da unten bei Boost erstmal geladen werden. Damit man, äh, dieses Space-Scheiß anmachen kann. Wenn da Ready steht, könnt ihr das machen. Ich mach das jetzt, äh, nicht oft. Weil, ähm, ja, müssen wir gleich. Acht Sekunden oder so. Jetzt komm schon. Ich will noch ein bisschen Gas geben. Okay, ich hätte es ein bisschen später einsetzen müssen, aber mal schauen, wie viele, ich finde, was ist, wir sind, ja, Zehnter. So, ja, nächstes Mal verwenden wir definitiv den Boost. So, ähm, das war jetzt, war es jetzt auch von mir. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann, ja, wir hören uns heute wieder bei den Jump'n'Run-Zeug, ja. Dann, du,,, die, da, din worsen. Dann, du,, die, da,ьюge